Worum gibt es immer Streit und Zank? Der Haushalt macht uns alle krank. Das meiste mach sowieso nur ich, und das stinkt mir jetzt ganz fürchterlich. Wie war es doch zu Köln vor dem mit Heinzelmännchen so bequem? Statt putzen oder kochen legt man sich aufs Sofa hin und fliegt es sich. Überall Wollmäuse, deine Pflanzen haben Läuse. Ich hab die Nase voll, ich mach nix mehr. Gib mir mal die Fernsehzeitung her, wenn du meinst, ich putz das Klo. Dann hörst du dich sowieso. Du warst so schön im Badezimmer, und ich muss danach feudeln, so wie immer. Wenn das nicht besser wird, zieh ich aus, raus aus diesem Horrorhaus. Wer von uns kommt dann wohl besser klar? Und wer ist schlampig? Dann siehst du mal. Wie war es doch zu Köln vor dem mit Heinzelmännchen so bequem? Statt putzen oder kochen legt man sich aufs Sofa hin und fliegt es sich. Du bist dran, du bist dran, du bist dran. Dann war es schon wieder ich. 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 Ich hab die Nase voll. Dann war es schon wieder ich. Dann bin ich wieder. Untertitelung des ZDF, 2020